Ihr werdet euch noch wundern Ich ziehe meinen Bauch ein und mach auf heißer Typ Und sehen mich die Leute entrüstet an und streng Dann sag ich meine Lieben, ihr seht das viel zu eng Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei Am Stammtisch im Eck in der Konditorei Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet Auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahnebesee Auf Früchte, Eis, Andanas, Kirsch und Banane Aber bitte mit Sahne Blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet Auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahnebesee Auf Früchte, Eis, Andanas, Kirsch und Banane Aber bitte mit Sahne Aber bitte mit Sahne Aber bitte mit Sahne Aber bitte mit Sahne Oder darf's noch etwas mehr sein? Vielleicht noch ein Kaffee oder noch ein kleines Baiser Aber bitte mit Sahne Aber bitte mit Sahne Aber bitte mit Sahne Aber bitte mit Sahne In diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt Nur stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand Es ist ein Brief von unseren Nachbarn, darin steht, wir müssen raus Sie meinen du nicht, wir passen dich in dieses ehrenwerte Haus Es ist ein Brief von unseren Nachbarn, darin steht, wir müssen raus Sie meinen du nicht, wir passen dich in dieses ehrenwerte Haus Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halt ich nicht länger aus Hey, 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 hey Wir packen unsere sieben Sachen und ziehen fort Aus diesem ehrenwerte Haus Tito Tito Tito